Hallo! Jurek! Ich arzt nichts Böses! Jurek! Ein bisschen Verschlupf! Oh! Du sagst, wenn wir überstarren können! Ja! Ja! Jupp! Dieter Hecking! Der VW Wolfsburg kann morgen Abend geschickt werden. Wie fühlt sich das an? Etwas Historisches? Also, eigentlich ganz normal, wie immer. Ja, ich denke, das mit dem Historischen, was man im Vorfeld immer so alles plant, was vielleicht eintreten könnte, da halte ich eh nicht wie vor. Ich habe es vor dem Hinspiel gesagt, dass wir zwei gute Tage brauchen. Und wenn wir einen guten Tag haben, wo wir dann in die Finale hinziehen können. Natürlich wäre das dann für den Verein ein tolles Ergebnis, für die Mannschaft ein tolles Ergebnis, in der Finale zu stehen, in der Champions League. Aber nochmal, ich denke, dass wir morgen über 90 Minuten Vollgas geben müssen. Sie sprechen das Hinspiel an. Das war eigentlich wie aus einem Guss. Bis auf 10 Minuten. Wie viel Gefahr bringt dieses Ergebnis? Ach, wissen Sie, es interessiert mich viel zu sehr darauf umgelegt. Ja, dass wir 80 Minuten richtig ein klasse Spiel gemacht haben. Das ist nachher ein bisschen runtergegangen. Spricht aber auch allerdings für meine Mannschaft, dass sie das ja selbstgültig selber angesprochen hat. Ja, aber, dass man dann im Nachhinein auf die 10 Minuten umgeht, das hat uns ein bisschen geärgert. Ja, aber es wird gut. Da wurden zwei erwähnt, aber nicht in dem Maße, wie sie es auch verdient geamt hätten. Wir wissen das, wenn wir das nochmals gut machen, wie die erste 80 Minuten. Die englische Woche war von Erfolg gekrönt für den VfL. Das kann man so sagen. Auch André Schull hat sich stark verbessert gezeigt. Sehen wir einen neuen, einen gereiften André Schull? Ja, das halte ich für Quatsch. Er ist nicht gereifter als wie vor drei Wochen. Es ist einfach so, dass er lange diesen Erfolgserlebnis nachgelaufen ist. Und das Hannover-Spiel ihm hoffentlich wie eine Befeuerung ist. Das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Er schießt nicht alle mal, jeden Tag drei Tore. Und das sollte ihm auch Auftritt geben und Selbstvertrauen geben. Ich glaube, das ist das, was ich hüße. Sprechen wir kurz über den Gegner. Was erwarten Sie von Gent? Stürmische Belgien?